So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und ihr seht richtig, der Ramses hat einen Cabby auf und was für ein komisches, das zeigen wir euch gleich. Wer gestern Abend dabei war bei Chill mit Ramses, hat ja gesehen, wir haben wieder fleißig verlost, drei Dosen auf die dicken Dosen Bier, das war auf jeden Fall sehr cool, muss ich nachher gleich noch zur Post bringen. Und wir haben ein Shiny Pikachu in der Go-Face Edition verlost, das war auf jeden Fall auch sehr nett und freut mich auch, dass Juli, Julia gewonnen hat, die hat nämlich letztens schon die sauren Bonbons gewonnen. Gleichzeitig habe ich dieses Cabby gestern im Stream aufgehabt, das hat man aber nicht erkannt, weil alles komplett dunkel war, ja. Ich möchte euch das mal ganz kurz zeigen, wenn wir das abnehmen, das ist hinten, ja. Ja, habt ihr schon mal ein Cabby von hinten gesehen? Das ist Seite, ja. Und das ist vorne, guckt mal, ein Pikachu. Beziehungsweise eigentlich sieht es eher aus wie Pichu, schon fast alleine, weil das irgendwie voll klein ist und niedlich. Ich bin einer, der kann die Mütze nicht so aufsetzen, das sieht komisch aus, beziehungsweise so geht's, so aber nicht, so sieht's aus wie Graf Koks. So oder so, weiß ich immer nicht, deswegen machen wir's so, sehen wir aus wie Duck hier von King of Queens, ne. Adi ist auch am Start und diese Mütze hat mir Pupsi geschenkt. Diese Mütze hat mir Pupsi geschenkt zum Geburtstag, die hat nämlich extra was bestellt gehabt in so einem komischen orientalischen fremden Laden. Da gab es eine Pikachu-Mütze für Frauen und eine für Männer. Dachte sie, das ist voll toll, letzte Zeit setze ich hier öfters mal eine Mütze auf für meinen Kopf, also bestellt sie das. Jetzt kam das leider nicht rechtzeitig, also hat sie schnell woanders noch bestellt, aber die erste Lieferung kam mittlerweile auch noch. Das heißt, theoretisch haben wir diese Mütze jetzt zweimal und die rosane Mütze auch zweimal. Wenn ich das hier also aufmache, müssten eigentlich da diese zwei Mützen drin sein. Ich hoffe, das passt auf alles. Reißen das hier auf, nehmen mal diesen Beutel raus, Adi, der ist für dich. Jetzt habt ihr hier nochmal diese Mütze in schwarz mit Pikachu drauf. PS Pika Cap Black steht hier. PS Pika Cap Black. Lassen wir jetzt hier drin in dieser Tüte. Ihr seht ja, wie die aussieht auf meinem Kopf. Und wir haben die gleiche auch noch hier in rosa sozusagen, beziehungsweise rosa mit schwarz. Ihr habt also das Pikachu in schwarz hier auf dieser Mütze. Ansonsten hat die einen rosanen Stoff. Denke ich mal eher für die weiblichen Fans, für die weiblichen Zuschauer. Das hier für die männlichen Fans, für die männlichen Zuschauer. Gibt aber natürlich auch Männer, die das aufsetzen. Gibt auch Frauen, die das aufsetzen. Und weil wir das jetzt doppelt haben, zwei schwarze und zwei rosane, wollen wir gerne diese zwei Mützen verlosen. Deswegen ist heute Dienstag, Dienstag wieder ein Gewinnspiel, mal was ganz anderes. Es gab ja schon Accounts, es gab schon Shinies, es gab Dosenbier, es gab Google Play Guthaben. Alter, die hängen so richtig breit da, oder? So richtig, äh, ich will auch eine Mütze. Nein, Adi, du willst keine Mütze, das weiß ich ganz genau. Ich weiß nur noch nicht ganz genau, wie wir das jetzt machen. Also natürlich schreibt ihr einen Kommentar unter dieses Video. Am besten mit dem Hashtag Mädchen. Wenn ihr die rosane gewinnen wollt und Hashtag Jungs. Wenn ihr die schwarze gewinnen wollt, selbst wenn ihr ein Mädchen seid und die schwarze wollt, schreibt halt Jungs drunter statt Mädchen. Das ist beides die Mehrzahl, ja? Hashtag Mädchen und Hashtag Jungs. Je nachdem, Mädchen die rosane, Jungs die schwarze. Und das ist noch nicht alles, denn das Go-Fest ist ja vergangen. Im Go-Fest mit Ticket konnte man ja Pikachu auch bekommen, nicht nur als Shiny, sondern auch kostümiert als Rockstar-Pikachu und als Popstar- oder Sänger-Pikachu. Da haben auch viele Mädchen gesagt, okay, ich bin ein Mädchen. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen. Ich bin ein Mädchen. Ich nehme natürlich das Sänger-Pikachu mit diesem rosanen Kleid, weil das voll toll ist. Dafür kriege ich auch diese Pose, wo ich das so komisch rumhänge. Also Sänger-Pikachu ist meins. Und diese Mädchen mit dem Sänger-Pikachu wird natürlich auch diese rosane Mütze wählen, denke ich mal. Die anderen, die Rockstars, die Jungs, die dieses böde Barbarossa-Rotbart-Pikachu genommen haben, nehmen wahrscheinlich die schwarze Mütze oder gar keine Mütze. Ich hätte jetzt gedacht, zusätzlich zu demjenigen, der die rosane Mütze wählt oder kriegt, der bekommt auch noch so einen Popstar-Pikachu. Und derjenige, der die schwarze Mütze nimmt, der bekommt auch noch einen... Ach, das ist alles. Vergesst einfach alles, was ich bisher gesagt habe. Ich weiß ja gar nicht, wer von euch hatte ein Ticket gehabt. Wer von euch hatte ein Ticket und braucht die gar nicht mehr, weil die die schon hat. Wer von euch hatte kein Ticket, aber hat sich mittlerweile eins getauscht. Am besten bei den Pikachus habt ihr freie Auswahl. Ihr entscheidet euch einfach, welche Mütze ihr haben wollt. Der Hashtag entscheidet über die Mütze. Und in dem Infotext unten drunter steht noch dabei, welches Pikachu euch fehlt. Oder ob euch gar keins fehlt oder was auch immer. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall sinnvoller und besser. Sprich, wenn ihr ein Junge seid und die jungen Mütze gewinnen wollt, habt ihr ja wahrscheinlich, wenn ihr ein Ticket hattet, sowieso das Rockstar-Pikachu gewählt. Wäre also Quatsch, wenn ihr jetzt die schwarze Mütze wählt und einen Rockstar-Pikachu dazubekommt, obwohl ihr ja eh schon eins habt, weil ihr ein Junge seid und beim Go-Fest das Männliche genommen habt. Wäre also sinnvoll, wenn ihr ein Junge seid und euch fehlt das weibliche Pikachu. Ihr nehmt die männliche Mütze, aber das weibliche Pikachu dazu. Dann könnt ihr aber nicht Mädchen unten drunter schreiben. Ihr seht, es wird gerade übelst kompliziert. Deswegen vergesst alles, was ich bisher gesagt habe. Konzentriert euch einfach auf die Mützen. Wenn ihr so eine Mütze haben wollt, schreibt einfach Hashtag Jungen, Jungen, ne Jungs. Hashtag Jungs, ja. Schreibt einfach Hashtag Jungs unten rein und einen Zusatztext, ob ihr ein Rockstar-Pikachu noch braucht oder ob ihr ein Popstar-Pikachu braucht. Wenn ihr gezogen werdet, wenn wir gerade das männliche Cabby verlosen und ihr werdet gezogen, dann habt ihr da auch so ein Pikachu noch mit dabei. Da könnt ihr euch aber auswählen eben, ob das mit dem Kleid oder das andere. Oder Hashtag Mädchen. Wenn ihr die rosa in der Mütze gewinnen wollt. Noch komplizierter, kann man es nicht machen. Ich blicke schon selber nicht durch. Wichtig ist, dass ihr anwesend sein müsst während der Verlosung, dass ich auch weiß, wer ihr seid und wie ich euch kontaktieren kann oder so weiter. Wieder mit Trainer-Code und Trainer-Name, dass man auch weiß, wer ihr im Spiel seid, damit da nicht irgendwelche Fake-Accounts ankommen und schreiben einen an. Ich glaube, es ist sicherer mit Trainer-Code, Trainer-Name dazu. Also, das Video kommt am Dienstag jetzt raus. Ihr habt bis Montag Zeit mitzumachen. Montag, 21 Uhr bei Chill mit Ramses ist die Verlosung. 20 Uhr fängt der Stream aber schon an. Ab 21 Uhr gibt es die Verlosung. Wenn ihr mitmachen wollt, wie gesagt, Trainer-Code und Trainer-Name als Kommentar plus eine Info, welches Pikachu ihr noch braucht vom Go-Fest. Das Rockstar oder das Popstar-Pikachu. Könnt ihr euch das Gegenstück angeln. Und ein Hashtag, entweder Hashtag Mädchen für die rosa Mütze oder Hashtag Jungs für die schwarze Mütze. Oh mein Gott. Das ist jetzt alles zusammengefasst. Das heißt, die letzte Minute des Videos ist interessant und erklärt alles. Vergesst einfach die restlichen Minuten vorne dran. Nehmt einfach nur die letzte Minute vom Video. Hört ihr euch fünfmal an. Bis ihr es verstanden habt, dann sehen wir uns am Montag, 21 Uhr im Livestream. Wieder bei der Verlosung. Und dann könnt ihr so ein fesches Cabby gewinnen hier. Könnt ihr euch auch einfach irgendwo hinlegen oder selber nochmal verschenken. Oder keine Ahnung, ist ja kostenlos. Also da kann man ruhig mal mitmachen. Das war es von beider Seite aus. Ich seh uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und danke an Pupsi für das tolle Geschenk und dass sich diese Auslosung ermöglicht hat. Ja. Das war's. 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 Das war's.